Herr von Hagen, Sie sind ja schon seit Jahrzehnten, wie ich gehört habe, dabei, sich für den Schutz der Hornissen einzusetzen. Und Sie wollen mit mir heute ein Hornissennest umsetzen. Und was müsste denn der Bevölkerung einmal gesagt werden, was man beim Umgang mit Hornissen beachten sollte? Wenn man sich einem stärkeren Volk nähert, ist das natürlich verteidigungsbereiter als so eine kleine Anfangskolonie mit einer Königin und wenigen Arbeiterinnen. Ab August sind die Hornissen verteidigungsbereiter, weil die Völker größer sind. Und da sollte man mit ruhigen, gleitenden Bewegungen gegen den Wind sich dem Volk nähern und bei der Nahbeobachtung die Tiere nicht anatmen und keine Erschütterungen machen. Sonst kann es zu Attacken kommen. Und wenn die Tiere einen attackieren oder nervös werden, indem sie einen heftiger umfliegen, sollte man sich mit ruhigen Bewegungen entfernen. Das ist eigentlich alles. Und grundsätzlich sind Sie ja friedfertig, was gar nicht so bekannt ist. Die Hornissen sind relativ ruhig und gewöhnen sich schnell an einen friedlichen Beobachter, wie ich das immer wieder erlebe. Ich habe die Hornissen immer stets dicht an meinem Haus aufgestellt. Die Tiere gewöhnen sich an meinen Hund und an mich. Man merkt es, wenn ich Besucher habe, dass sie dann bei den Besuchern etwas nervöser sind und die zu umfliegen beginnen. Bei mir sind sie ganz ruhig und bei meinem Hund auch. Ja. Und die Königin hat sich an mich auch irgendwie gewöhnt. Und sie wusste ja von vornherein, dass sie besonders friedfertig ist. Und wenn überhaupt Aggressionen zu erwarten sind, dann vielleicht, wenn das Volk größer ist und man sich falsch benimmt, falsch verhält. Also die Königin greift niemals an, kleine Völker auch nicht, sind nur verteidigungsbereit gegenüber heftigen Störungen. Ja. Und sie sind vor allen Dingen auch sehr nützlich, habe ich gehört. Ja, sie fangen also die Menschen lästige Insekten. Viele Fliegenarten, aber auch Wespen werden gefangen und an die Brut verfüttert. Ja. Vielen Dank für das Interview.